Der Krebsneumond lädt dich ein, deiner inneren Stimme zu vertrauen und auf deine Intuition zu hören. Frage dich in dieser Zeit besonders, was sagt mir mein Herz? Nutze diese Zeit, um dich besonders gut um dich selbst zu kümmern. Was kannst du heute tun für mehr Liebe und Fürsorge? Der Krebs ist stark mit familiären Wurzeln und Ahnen verbunden. Denke an deine Vorfahren und die Weisheit, die sie dir hinterlassen haben. Wie kannst du ihre Stärke in deinem Leben nutzen? Diese Meditation wird dir helfen, in dein Inneres zu lauschen, emotionale Blockaden zu lösen und Raum für neue, positive Energie zu schaffen. Erlebe diese kraftvolle Energie des Neumonds und beginne einen neuen Zyklus der Heilung und des inneren Wachstums. Setze oder lege dich bequem hin und wenn du soweit bist, schließe deine Augen und lass deine Hände entspannt ruhen. Atme tief durch die Nase ein und langsam durch den Mund aus. Wiederhole dies für drei weitere Male. Und nun lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spüre deine Füße, dass sie schwer und entspannt werden. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit langsam nach oben, durch deine Beine, deinen Rücken bis zu deinen Schultern. Lass jede Anspannung los. Spüre deine Arme und Hände, dass sie ebenfalls schwer und entspannt werden. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Nacken und Kopf. Entspanne deinen Nacken und lass dein Gesicht weich werden. Nimm hier noch ein paar tiefe Atemzüge und verweile hier und spüre, wie sich dein Körper entspannt und dein Geist zur Ruhe kommt. Und nun stelle dir vor, Du sitzt an einem friedlichen Ort am Meer. Das Wasser glitzert im sanften Licht der Sterne am Nachthimmel. Spüre die Ruhe und den Schutz, den dieser Ort dir bietet. Lege eine Hand auf dein Herz und die andere auf deinen Bauch. Atme hier tief ein und aus, während du dich auf das Gefühl der Liebe und des Schutzes konzentrierst, das der Neumund im Krebs symbolisiert. Wiederhole leise für dich, ich bin sicher, ich bin geborgen, ich bin geliebt. Stelle dir vor, dass das Sternenlicht sanft auf dich herabströmt und dich in ein weiches, silbernes Licht höhlt. Dieses Licht reinigt deine Emotionen und nimmt alle negativen Gefühle mit sich. Visualisiere, wie das Licht durch deinen Körper fließt und alle Spannungen und Sorgen fortspült. Und dann richte wieder deine Aufmerksamkeit auf dein Herzbereich. Stelle dir vor, wie jetzt ein warmes, goldenes Licht in dein Herz eintaucht, dein Herz umhüllt. Dieses Licht breitet sich langsam in deinem gesamten Körper aus, bis du vollständig in goldenes Licht gehüllt bist. Und nun stellst du dir vor, dass du in einem sicheren und heiligen Raum bist. Lade deine Ahnen ein, sich zu dir zu gesellen. Du kannst dies innerlich sagen, ich lade meine Ahnen ein, zu mir zu kommen und mich mit ihrer Weisheit, ihrem Schutz und ihrer Führung zu unterstützen. Spüre die Präsenz deiner Ahnen um dich herum. Vielleicht fühlst du ihre Wärme, ihre Liebe und ihre Energie oder hörst sanfte Worte von ihnen. Sei offen für jede Form der Kommunikation. Sei es ein Gefühl, ein Bild oder ein Gedanke. Bitte deine Ahnen um Führung für deinen Weg und lass die Antwort auf dich zukommen, ohne sie zu erzwingen. Vertraue darauf, dass die richtigen Impulse und Ideen jetzt zu dir kommen werden. Wiederhole in deinem Geiste folgende Affirmation. Ich bin mit meinen Ahnen verbunden. Ihr Schutz, ihre Weisheit und ihre Führung begleiten mich. Ich empfange ihre spirituellen Impulse mit offenem Herzen. Und nun verweile hier in Meditation, bis ich dich wieder zurückhole. Und nun verweile hier in Meditation, bis ich dich wieder zurückhole. Ich bin mit meinen Ahnen, bis ich dich wieder zurückhole. Ich bin mit meinen Ahnen, bis ich dich wieder zurückhole. Ich bin mit meinen Ahnen, bis ich dich wieder zurückhole. Ich bin mit meinen Ahnen, bis ich dich wieder zurückhole. Ich bin mit meinen Ahnen, bis ich dich wieder zurückhole. Ich bin mit meinen Ahnen, bis ich wieder zurückhole. Und dann ist es langsam Zeit, dein Atem zu vertiefen. Bedanke dich bei deinen Ahnen für ihre Anwesenheit und Unterstützung. Stelle dir vor, wie sie einen Schutzkreis um dich ziehen, der dich mit Liebe und Licht erfüllt. Nimm dir einen Moment, um dankbar zu sein, auch für die Lektionen und Erfahrungen deiner Vergangenheit. Spüre die Dankbarkeit tief in deinem Herzen und lasse sie sich in deinem ganzen Körper ausbreiten. Atme noch einmal tief ein und aus. Spüre, wie du langsam wieder in den Raum zurückkehrst. Und öffne langsam deine Augen. Strecke dich sanft und mach die Bewegung, die sich jetzt gut anfühlt. Bleibe hier gerne noch einen Moment sitzen und spüre nach, wie sich dein Körper und Geist anfühlen. Ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, um dich mit der sanften und nähernden Energie des Neumonds im Krebs zu verbinden. Möge die Heilung und Erneuerung, die du erfahren hast, dich weiterhin begleiten und dein Herz stärken. Erinnere dich daran, dass du jederzeit zu diesem friedlichen Zustand zurückkehren kannst, wenn du es brauchst. Sei geduldig und liebevoll mit dir selbst, während du vielleicht auch die neuen Anfänge und Möglichkeiten, die dieser Neumond im Krebs dir bietet, willkommen heißt. Möge die Kraft des Neumonds, die Geborgenheit und Klarheit auf deinem Weg schenken. Ich danke dir für dein Vertrauen und wünsche dir alles Liebe auf deinem Weg. Bis bald. Namaste